Schon. Yes, super. Geht doch. Ja, ich könnte eh nicht mehr gewinnen. 6 zu 40. Heute krieg ich ganz schön... Ich weiß auch nicht. Heute ist der Wurmtrennen. Ja, Downhill. Hier geht's überall die Sniper. Ja, guck, Wolfgang war heute gut. Darunter ist Max. So, lele. Hab ich was freigeschaltet? Präzision. Nee, passt. Was machen wir? Nördliche Favela, okay? Pranko. Pranko-Hausquartier, wie immer. So. Hey, jetzt ist nur noch einer im Pranko-Hausquartier. Ich hab Bock auf Favela. Mach mal Favela. Nein. Doch. Nein. Scheiße, da hat er wieder. Ich will Favela. Da krieg ich's nicht. Ja, okay. Ich will für Favela. Oder? Oder? Nee, für Außenbosten. Nee, für Shoot First Yacht. Gibt's nicht. Da werd ich rausgeschmissen. Nova Esparanza. Favela. Favela. 67 von 75 Bursts. Cool. Man hat's nicht Grimes. Achso, Bursts eingesetzt. Ja. Verstanden, verstanden. Jo. So, Big Bang. 10 Kills, wenn schießwütig. Big Bang, Fiori. Ja, so ist es. Deathmatch. Und ich werde wieder angeschrieben von irgendwelchen Wichsern. Das ist jetzt Gorsil anscheinend. Weil ich hab im selben Moment das gehört. D-d-d-d-d-d-d. Von irgendwelchen Wichsern. Das ist ja Gorsil. Ja, das weiß ich doch nicht. Ich hab ja kein Skype irgendwie nebendran. Ich hab ja nicht zwei Bildschirme. Das wäre sehr nice. Irgendwelche Wichser. Ja. Ich hasse es, wenn ich angeschrieben werde. Aber ich bin eigentlich selber schuld. Ja, wieso ist der eigentlich nicht mehr drin? Der Gerd. Ja, das hat er wahrscheinlich gerade erklärt. Der Gerd. Ja. Der Gerd? Ja, da ist er wieder. Guck. Hast du mich gerade angeschrieben? Ja. Sorry. Okay. Ja, ich dachte. Ich hab dann so gesagt. Ja, welcher Wichser schreibt mich jetzt schon wieder an. Weißt du, ich konnte ja nicht wissen. Sorry. Ja. So, jetzt hängt sich gerade das Spiel ein bisschen auf. Achtung, du wolltest aufgrund von Synchronisationsproblemen... Das gibt's doch nicht. Da sagt er immer dasselbe. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, ist ja auch so. Ich geh ins Deathmatch. Ich lad dich ein. Ich lad dich ein irgendwo. Wenn ich drin bin. Kann man nichts machen. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Wir haben auch immer Pech, ey. Ihr zockt ja noch weiter. Ja, klar. Ja, du Penis. Wie lange denn? Pranko Hauptquartier. Ich lad dich ein. Gibt's? Wie lange noch? Bis wir fertig sind. Nein, nein. Wie lange ihr jetzt bisher zockt... Also gezockt habt? Ach so. 52 Minuten. Ich hab 65. Du bist bis auch später rein. Stimmt. Du warst schon im Spiel, obwohl du noch gar nicht gezockt hast. Good, good. Oh, man. Oh, man. Good. Oh, die auch dann werden wir ewig reichen. Ja, war für wurde verbessert. Level 5. Cool. Die MPK, die mag ich irgendwie. Ja, die ist nice. Nein, nice. Nice. Die taugt auf jeden Fall. 1 zu 3. Nicht gut. Was? Da werft einer Molotow Cocktails. Kannst du mich mal einladen? Ach so. Ich Idiot. Vielleicht komm ich auch so rein. Ich kann dich, glaube ich, nicht einladen. Ja, und ich kann nicht reinkommen. Komm, komm. Ist ja scheiße. Das gibt's doch nicht. Geil. Was? Ich wurde angetzündet, lol. Ja, warte. Dann geh ich halt irgendwo anders rein. Scheiß drauf. Das ist... Dann lade ich einfach zur Party wieder ein. Ah, doch. Ich kann nicht einladen. Warte. Nicht Einladung annehmen von mir. Nicht annehmen. Mach ich nicht. Du kannst... Wir sind beim Branko Hauptquartier gerade. Burst. Ja, komm raus hier. Aus deinem Loch. Oh ja, wahrscheinlich. Kollapsig. Fick dich. Ins Knie. Fick das. Fick das. Fick das. Fick das ins Knie. Fick das. Fick das. Einladung von iPhone. Was denn? Ja, gut. Was ist denn? Da versucht er es. Branko. Sehr schön. Ja, klar. Die sind anscheinend so gut. Kann man nichts machen. Bist du drin im Spiel? Ja. Ja. Bei mir noch nicht. Bist du noch nicht angezeigt? Ah, doch. Hab ich gerade überlesen, okay. Ich bin noch drin. Nee, du nicht. Mit dir hat keiner geredet. Der war gut. 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 Lecker. Ich treff sie nicht. Das wird wieder nichts. Das wird wieder richtig scheiße. Dann haben wir genug Aufnahmen. Für bis morgen Abend. Ja, und nicht jetzt nur bis einen Monat oder so. Okay, genau. Das heißt, das ist ziemlich scheiße. Was ist das Produktive? Da, Jens. Aber ich lade auch mehr hoch als du. Bei mir ist es Standard. Ja, das kann man mir jemand anschauen. So viel wie du oben bist. Interessiert doch keinen. Wer interessiert ist? Mir kannste keiner verbieten, was hochzuladen. Von daher. Alter, wer redet da? Ich hab vollidiot. Halt die Fresse, du Wichser. Du kannst die Sprache zu dem Spiel ausschalten. Ja, ich mach den mal aus hier, den Vollidioten. Einstellungen. Ja, da hat gerade irgend so ein Ausländer geredet. Äh, wo geht das? Ja, der Kursil. Hallo. Aktiviert aus, so. Franco Hauptquartier. Nase juckt. Ah. Jetzt haben wir wieder gut Stoffen, ne? So sieht's aus. Boah. Jetzt geht's ab hier. Da gibt's einer, der geht richtig ab. Der geht richtig zur Sache. Und zwar iPhone. Ich nehm mal Schrotgewehr, die Pumpe. Mann, fickt euch doch, ihr Arschliche. So. Nee, es macht mehr Spaß als GTA. Auf jeden. Aber GTA ist auch nice, muss ich sagen. Ja, aber es hat mich genervt heute. Ja. Macht ja nix. Boah, Alter, jetzt. Ich hatte... Ja, im richtigen Moment wieder nachladen. Leck mich doch, du ficknest Kackspiel. Ich hatte zwölf Parts bisher. Wenn ich alle 15 Minuten kacke hatte. Ich wollte sagen, kacke. Egal. Und jetzt nochmal die Aufnahme. Dann haben wir so 20 Parts wahrscheinlich. Nice. Wenn wir jetzt noch in der Zeit aufnehmen. Das wird richtig nice. Ja, ich brenn. Da gibt's einer, der zündet jemand immer an. Wieso triffst du dich? Hallo? Hallo? Ja, Maul. Er will Aufmerksamkeit. Da bin ich wieder. Ganz toll. Da ist er wieder. So. Das ist halt Arschliche. iPhone, kauf dir Max Payne 3. Wie gesagt. Ich kauf dir Max Payne 3. Hab ich ja nicht schon gemacht oder so. Ich meinte Korsil. Sagst du's aber nicht. Ist aber klar. Weil du's ja schon hast. Kein Bock mehr. Adrenalin. Sprengfalle. Die machen alle Sprengfalle. Wenn ich was geiern will. Oh, jetzt wurde ich gekickt. Okay, von wem? Das nur passieren. Von wem? Nein, ich bin rausgegangen, weil ich angepisst war. Ja, toll. Dankeschön. Die Mett kriegt mir auf die Nerven. Die haben jetzt auch Undound gezockt jetzt. Der geht nicht sterben, Alter. Ich beschlage den die ganze Zeit. Der will nicht. Cheater. Lol. Nee, jetzt komm ich wieder in das Spiel rein. Ach, komm rein. Scheiß doch drauf. Das ist ein Cheater, Alter. Wie unnötig. Hauptsache, Nullerlot Games macht ja Dead Space jetzt. Ja. Eins. Den ersten Teil? Ja. Jetzt ehrlich. Ja. Der will zu jedem Spiel irgendwas machen, ne? Ja. Ich werde Dead Space 1 auch noch machen. Oder den zweiten. Mal sehen. Stimmt. Ja, übersteuerst erst mal alles. Super. Oh, sei mal ruhig jetzt. Ich glaube, das ist nicht so gut für die Zuschauer, wenn die das die ganze Zeit hören müssen. Da gibt es mal direkt einen Dislike. Da gibt es direkt mal einen Dislike. Da lacht er. Da lacht er. Der war geil. Damit hat er nicht gerechnet. Einfach so weggebasht, man. Da gibt es direkt mal einen Dislike. Da gibt es direkt mal einen Dislike. Da kannst du aber mit rechnen, mein Freund. Den Block hast du dir redlich verdient. Das ist ein Ja. Das wir's an Kur in der Qualität. Du kannst da mal gleich eins schreiben. Granaten werfen. Duach. Duach. Da war er wieder. Shooter for life. ich liebe den Satz ey da gibt es mir direkt ein Dislike von wem du den wohl hast, ne? von dir! naja, ich find den auch cool naja, was? ich dislike normalerweise nie bei irgendwelchen Videos, aber... tja, scheiß Cheater Arschloch da gibt es mir direkt ein Dislike für das Cheat da gibt es mir direkt mal ein Dislike also ich dislike grundsätzlich nicht bei irgendwelchen Videos also nur wenn nur wenn das irgendwelche Leute wenn irgendwelche Kiddies Tutorials machen und oder ihren Bildschirm mit der Cam aufnehmen, dann gibt es ein Dislike aber sonst nicht sonst schalte ich einfach weg wieso Herr Tutorial? weil er schlicht ist ja, ok den guck ich jetzt auch nicht obwohl ich ihn abonniert habe du hast Herr Tutorial abonniert? ja wie bitte ist was? ja, Tutorial du hast Herr Tutorial abonniert? ja Herr Tutorial, ja der, der immer seine... der, der immer seine Frisuren so... so... ja so... spezial macht so und angeht damit Herr Tutorial! ja abonniert! abonniert! die er hier hier ja genau der Fakil tutorial jetzt direkt mal ein Dislike dritten ist gleich Magen ist langweilig das langweilig haben sowieso noch ein paar Sekunden komm haute Hau noch rein ja selbst mut und ich hab mal ne Runde geht ab 4 ja ok macht das so ist leicht wie ja Vendetta da gibt's direkt mal ein Dislike ihr lacht alter ich fall auch immer auf die Sprengfalle hinein drauf hinein aber gut egal vor vor der Wind boah das war ein harter Kill alter meine Güte so machen wir weiter oder hallo doch anderen Lobby die ganzen Munges hier hat Nerven ok ja da gibt's mal direkt ein Like ja aber Dislike ist immer am besten da gibt's mal direkt ein Dislike ja Deabo Deabo ich musste noch Deabonnieren Titorial ja mach er hat das vergessen zu Deabonnieren ja ich hab den mal abonniert keine Ahnung weil ja ich finde der übertreibt ein bisschen ein bisschen favorieren abonnieren Kühne und Leitungen zufügen alleszügliche zufügen Geld spenden an mich ich verarm bin meine Frisur mögen ihr seid gerade bei der Aufnahme oder? und wenn das jemand hört so ein Fanboy von dem dann gibt's dann direkt ein Dislike Danke ich scheiß auf die Dislikes ja aber ich will ganz ehrlich keine Abonnenten haben die Fanboys von HerTutorial sind die können mir gestohlen bleiben ja und aber wenn kein Abonnent von dir ist dann hat man ja und bei mir bei meinen Abonnenten weiß ich es auch nicht da ist es mir auch relativ egal ich hab den früher mal angeguckt aber ja ich guck den nicht mehr was du bist der dumm war nein war ich nicht HerTutorial meint auch noch so ihr motiviert mich mehr Videos zu machen ja das hat er auch recht nur halt das Geld motiviert ihn mehr Videos zu machen du sollst ihn doch nicht mehr übertreiben der übertreibt einfach der meint abonnieren 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 alter wie viele Abos hat er jetzt? zu viele 700.000 oder? nein aber 500 auch nicht wahrscheinlich ich weiß es gar nicht mehr da sieht man wieder da sieht man wie oft ich bei dem vorbeischau ich bleibe ja ich bin nicht auf dem aktuellsten Stand vor allem Gronkh und HerTutorial waren waren mal gleich HerTutorial waren mal mehr als Herr Gronkh dann hat er als Herr Gronkh überholt zack durch 2.500.000 er geht halt ab und die 2.500.000 wird er auch noch schaffen dieses Jahr wenn es so weiter geht laut Gamestar ja sehr nice kommst du jetzt mal rein? ja ich komm rein Wettnis wieder ist das ein Problem oder so? ja mal sehen Pranko Hauptquartier auf der Map Zigurad wie äh wie der Just Chief schon meinte der ist so ein Schmierenlappen wer? Tutorial das habe ich noch nie gehört von dem weil geht das mit Herrn Andreas meinte der so ja ja Tutorial der übertreibt es der geht es immer an und so ja Gott ist auch so einer der die Hosen weit unten trägt genau ich hasse solche Leute mit dem behinderten Beats hinter denen auf dem Hals und äh Hose so weit unten dass die ganze Unterhose sieht boah ja ja es gibt so Leute das war früher mal irgendwie in der ist immer noch leider ja schon aber ich mach das auch nicht weil das einfach scheiße ist scheißdreck ist das ja ja das ist unnötig braucht niemand finde ich ja einfach kannst du mal die Hose tragen also ich hab das nicht was bringt das eigentlich wenn man die Boxershorts sieht vielleicht kommt man dann bei den vielleicht kommt man bei den Frauen besser an oder so keine Ahnung vielleicht denken die das aber weiß ich auch nicht Mann jetzt jetzt ist heute noch was send mir noch mal ne Anfrage oh das ist aber auch scheiße die Lobby hab ich keinen Bock drauf das nervt jetzt schon mit den ganzen Mongos hier drin naja die Mongos ich trete dir einfach bei okay nein weil ich schlägt wieder raus bin das ist ein Kacklobby da okay ja kann ich auch jetzt nicht mehr okay so morgen wird alles hochgeladen ne Scherz ich verteile das ein bisschen einfach mal aber es wird schon gut was kommen so jetzt das neue Lobby ich kann dich nicht einladen weil das Social Club einfach behindert ist ja und ich nicht beitreten Mann dieser Kack Social Club ja den könnten sie auf jeden Fall mal überarbeiten bin ich auch für man sollte einfach jemanden die ganze Zeit einladen können ist doch egal dann kriegt er eine Einladung auch wenn er im Spiel ist muss er nicht annehmen ja ne das wird nix muss man noch warten ne das wird nix bei bei GTA 4 Multiplayer kill ich einfach mal jeden ja da rockst du die Bude ja jeden Fall was soll ich denn jetzt machen ich hab ein bisschen bist du jetzt drin angeschworen aber bei Max Payne 3 ob ich da auch Operation werde weiß ich nicht das ist ein bisschen schwieriger so mit Zielen und so finde ich ne im Gegenteil viel einfacher als GTA ja viel ausgereifter naja in Call of Duty kann ich besser spielen als in Max Payne oder so ach du mit deinem Call of Duty dann ja lass mich doch alter Call of Duty ist sowieso besser als jedes andere keine Ahnung ist halt einfach geil nicht umsonst hat so viele Millionen Leute gekauft es ist halt einfach erfolgreich die Serie ja ich sag aber auch und Max Payne 3 nicht so Call of Duty rockt viel mehr die Bude Leute das ist nur Geschmackssache ok richtig kurzel ist der Schlauste hier falsch Checkpoint oh ja man ich gammel hier die ganze Zeit in der Lobby und da kommt einfach keiner dazu ich kann nicht beitreten auch wahnsinnig dass Corsi mal so einen schlauen Kommentar gibt sonst immer äh fick dich äh äh war ganz anders ich hab den nicht überfahren das sah nur so aus ja genau ja ok iPhone was soll ich jetzt machen ja dich selbst umbringen ja danke auch aber ebenfalls war auch Fun ne also iPhone ja ok ja ach Alter ich geh jetzt raus ey wenn das jetzt nichts wird es bringt doch auch nichts die ganze Zeit in der Lobby zu gammeln und dann passiert eh nichts meine Güte das kann man lieber Let's Play Together nennen ja eben also Let's Rumgammeln Lobby Together oder was ja keine Ahnung wie man das nennen soll soll salto gemacht also iPhone ich bin also sicher nicht so wie im äh wie bei der Aufnahme also so noch ein Spieler komm jetzt hier wird es heute noch was verstehst du iPhone ja ja der bin ich halt und meine Spieler langweil mich ja komm rein dann sind wir vier Spieler ja dann können wir nämlich starten jetzt ist einer raus wahrscheinlich die kleinen Arschlöcher jetzt jetzt sieht's gut aus nimm das untere ok am sonnigen Rio TT richtig Arsenal Ausrüstungen Anal ist schon wieder eine raus Anal ok Soldat Spitze ich hab grad gelaten das ist ja sehr schlau ja das sind halt die Idioten 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 sollen wir schon sollen wir einfach jetzt kurz den Part beenden und dann wieder starten wenn wir drin sind ne Sauenscheiß das macht mir viel mehr Arbeit Gott meine Fresse ich gammel jetzt nicht mehr wo bist du jetzt eigentlich du bist auch in der Lobby machen wir GTA was GTA aufnehmen ja jetzt kommt noch einer rein jetzt kommt noch einer ich wäre dafür dass wir mal GTA 4 machen jetzt nicht mehr normal es geht ja also jetzt nochmal GTA aufnehmen oder was ja Fettstoff boah heute hast du aber auch richtig Bock das finde ich ganz schön gut ja ja sonst nie so irgendwie aber meine Festplatte ist bald voll ja ich muss erstmal alle Parts rendern so so ja komm komm geh raus ok Leute das war die Aufnahme sorry Leute aber haut rein tschüss ja tschau tschau iPhone auch tschüss haut tschüss 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017